Salaputia Bras ist für mich Chilean Lime, doppelten Espresso, vielleicht auch dreifach, aber auch so ein warmes Ding, so Herzlichkeit und was Tiefes, was Genüssliches. So vieles, es ist so vieles. Salaputia Bras ist für mich einfach eine geile Zeit, mit Kumpels zu haben und Musik auf höchstem Niveau zu genießen. Salaputia Bras ist für mich jedes Mal eine neue Herausforderung, denn man muss sich gleichzeitig einfügen und einbringen. Das ist das Interessante von Salaputia Bras. Das Besondere für mich als Schlagzeuger mit elf Blechbläsern ist, dass ich nicht atme, um Musik zu machen. Das heißt, ich muss mich in die anderen Reihen denken, auf wahnsinnig hohem Niveau. Und das macht jedes Mal wieder richtig Spaß.